begeben alter einmal durch ich liebe es wenn das passiert das ist ein bisschen schwierig dünn 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 oh er ist tot ja toll da hinten ne 6 ok dann fehlen noch 5 oh oh gott komm halt noch schneller ist gut so schnell kriegst mich eh nicht down einfach mal drüber springen und das nicht mal mit doppelsprung jetzt musste ich doppelsprung benutzen toll im boden sieben jetzt haben wir 52 so und damit haben wir endlich genug Seelen um uns ich hab keinen Platz mehr da warum uns flüge oh gott warum brauchst du es oder was brauchst du es oder was brauchst du es echt ey bastard aber immerhin gratis gold also ja jetzt krieg ich 9 natürlich so so als da die musikänderung mehr ist hier ist mal immer wieder abartig äh ok das war unten so jetzt haben wir die angel wings und die demon wings jetzt hab ich irgendwo platz hab ich irgendwo platz durr ok ich kann euch wieder reintun so was haben die denn plus 2 movement speed plus 1 critical plus 1 prozent prozent critical stride chance ok dafür tun wir den äh klaut in einem balloon weg und können jetzt fliegen hui und noch dazu kriegen wir keinen Fallschaden mehr hui plupp kann ich die auch ausrüsten lol ah ok dann ist aber nicht so hoch äh die spectre boots erhöhen übrigens nochmal die flugreichweite äh die flughöhe hui wie man hier sehen kann aber wenn man leertaste gedrückt hält kann man gliding hui stirb pfff ok damit können wir uns jetzt eigentlich nochmal auf die suche nach adamantit machen ne ne und mit dir natürlich hä das ist doch natures gift was laber ich denn mach ich denn mach ich denn los nehm ich dich auch mit so na 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 jetzt kann ich das krieg ich aber noch hin da ok todesubilsam tu ich mir mal da rein erst einmal erst einmal noch spelunker potion nein was braucht mir dafür euch euch und euch äh äh was würd ich jetzt eigentlich machen alles achso ja ok dann müssen wir hier zu tinkaras workshop und haben nun eine mana flower eine gepanzerte mana flower auch bloß für drei defense ey geil das wird gut sein so warme nö so und dann haben wir hier jetzt noch reichlich spelunker potions 10 10 und natürlich kein platz mehr wie es sich gehört so ach herrte ich noch welche dr ok ich tue ich hier auch einfach mal rein und wir fallen spelunker potion zu der rescue so du bist kein mit hier hier ist übrigens unser mushroom also leuchten mushrooms ne nur so zur info das hat sich auch ein bisschen ausgebreitet ich nehme ich mit da habe ich jetzt so türen dran gemacht sieht man da bei dem hier vorne ist es übrigens genau das gleiche wir stellen mich hier rein und mach dann einfach so wenn die ganzen viecher ankommen nicht vorher aber sonst lohnt es sich nicht das mal da geht es so schnell her na wo ist krowald weg geohnt naja einfach weiter einfach weiter hey du warst verwirrt naja so ist das also eine 1 hit kill naja nicht fast nicht ganz meine ich nicht fast genau du bist alimentet ich habe schon keinen platz mehr das ist nicht gut ohne platz nix los ne also und ich habe endlich fackeln dabei ein paar ein paar wenige ja es passt ja alles schon es wird nur der mit dem magier helme haben wir alles mit dem soweit also abgesehen von den items die wir die boss sehen brauchen weil die voll boss auf zu tun wird das mit adamantik ich dachte schon doch nicht sondern kupfer aber gott sei dank doch adamantik also man erkennt es ja so ist es ja nicht mit dem adamantik bohrer geht sogar relativ schnell noch die kettensäge und von jedem boss sehen fünf stück dann können wir uns den besten hammer kettensägen bohrer machen denn es gibt ein extra so weil er wirklich alles macht k ja dich ne können wir ja leider vergessen du bist kupfer da ist ein klüppchen äh kobalt hier ist auch wieder kobalt euch nehme ich wieder mit ich frage mich ob hier unten wieder eine mimik gespawnt ist das tut man sieht oder kupfer ich kann es gerade beim besten wenig unterscheiden das ist mit hier das erkenne ich dass ein blau und grünen schein du schau dir voll aufs muhl aufs Mull dich nehm ich wieder mit ich mach halt immer ein Loch rein guck mal ich kann fliegen du nicht so dann können wir mal nicht nachschauen jetzt können wir nachschauen toll ich hab's auf den Boden gesetzt ja das sieht aus wie Kupfer na fuck Pol Kupfer verdammt ja da hast Mithril äh Adamantit Mithril oh Gott warum schießt denn die Kacke nicht ab genau lauf in die Lava so wie es sich gehört ausgewischen so das Teil äh nein oh das ist das tolle an den Flügeln kann sich einfach mal so mir nützt dir nichts retten oh hier ist ja noch Mithril was ist das da das ist Mithril ich kann mich da ran ohne die Lava mit runter zu spülen also ohne wird's wohl nix und dein Gesicht ha ja ins Gesicht ich liebe es einfach ich liebe es einfach hier unten war übrigens noch hier unten war übrigens noch du bist auch Adamantit warum ist da Adamantit heiltränke danke du bist tot 112 crit damage ey ich glaube es geht los pfff tot Bastard Adamantit 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 und so ne oh die Kristalle ey gimme gimme das ganze Mithril gib mir das lieber oh ja so ist geil ganz viel Mithril okay okay ich denke den Helm haben wir schon so gut wie in der Tasche die haben wir schon ja haben wir definitiv in der Tasche aber mehr ist immer gut das waren wir ja noch mindestens 50 Barrenfrauen oh Gott da ist Mithril drin fliege aus der Lava Johnny da muss übrigens noch mehr nein ah boah ja ich bin Adamantit geil da ist noch mehr da ist noch mehr seitdem du Terraria spielst denkst du nur noch an Adamantit niemals an Kobalt oh ja oh ja so ist geil was ja natürlich pfff parker ganz viel Adamantit du du noch die Rüstung braucht extrem viel ist gerade mal zehn Waren oh Gott meins meins danke sehr du 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 so ist gut du 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 so verdammt ich kann nicht mehr aufhanden es ist ja schlimm im Nimm, nimm, nimm. 뭐, äh. Um, was haben wir da.. 26 haben wir. Und man kann sie setzen, das ist aber.. .. sehr interessant. Wenn auch zu gleich, ne Verschwendung.. Oh Gott, alter. Hä? Jetzt... Danke. Meine Herren. Ich nehm euch alle noch mit. Fleißige Kristallernte, ne? Thomas ist wieder adamantiert. Aber das ist mir da hinten ein bisschen zu weit weg. Du warst Kupfer, oder? Ja, du bist Kupfer. Ja. Ich mag die Lava. Oh Gott. Vier Lichtzähne, ich glaube es geht los. Ach du Scheiße. Hui. Rückzug, yay. Da ist ganz viel adamantiert. Kann ich da am besten ran? Natürlich ohne in die Lava zu fallen. Hm, am besten... Ich lasse die Lava links rein fließen. Und hoffe einfach mal auf das Beste. Zuerst muss ich die Lava da ein bisschen beiseite kriegen. Oh Gott. Das ist gut, du kackte Dämon. Hui. Ausgewischen. Kann man aber auch gut sehen. Die Lava hinfahren, ja unglaublich. So. Sollte... Reichen? Ich kann nicht mal ansatzweise nah ran. Ich kann nicht mal ansatzweise nah ran. Ach, da ist ein Lavaschleim. Ich frage mich die ganze Zeit, was ist denn das für ein Teil da? Was machst du denn hier drin? Hier ist nicht genug Platz für uns beide. Ach du Kacke. Runter vor dem Adamantit. Das ist wirklich viel. Huch. Legging. Untertitelung.